Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie unsere neue Mitarbeiter-App funktioniert. Mit dieser App werden Sie in Zukunft immer auf dem neuesten Stand sein. Das gilt für Infos und Neuigkeiten aus Ihrer Brauerei und der gesamten Unternehmensgruppe. Sie haben also in Zukunft alle relevanten Informationen direkt mobil auf Ihrem Smartphone zur Hand. Alle Infos, die Sie hier finden, haben das nationale und das regionale Redaktionsteam Ihrer Brauerei für Sie aufbereitet. Die Nutzung der App ist freiwillig und soll Neuigkeiten und Informationen transparenter vermitteln. Mit einem Android-Smartphone können Sie die App ganz einfach im Google Play Store downloaden. Dazu klicken Sie auf das Google Play-Icon und geben in der Suchleiste Bierkultur ein. Folgen Sie den weiteren Instruktionen und schon befindet sich die App direkt auf Ihrem Smartphone. Für Apple-Endgeräte sieht der Vorgang ähnlich aus. Nutzer müssen hier auf das Symbol für den App Store klicken und in der Suchleiste nach Bierkultur suchen. Kennwort oder Face-ID eingeben und schon taucht die App neben den anderen Apps auf Ihrem Smartphone auf. Die Registrierung ist ganz einfach. Sie können wählen, ob Sie Ihre private oder geschäftliche E-Mail-Adresse verwenden möchten. Kontrollieren Sie auf jeden Fall, ob sich Tippfehler eingeschlichen haben, denn Sie können die Adresse später nicht mehr ändern. Merken Sie sich Ihre Anmeldungsdaten gut, denn Sie sind die einzige Person, die darauf zugreifen kann. In der Leiste, die Sie auf der linken Seite sehen, befinden sich die verschiedenen Kategorien. Möchten Sie beispielsweise nur Artikel lesen, die dem Thema Personal zugeordnet sind, können Sie das hier auswählen. Ein Klick auf den obersten Punkt dieser Leiste führt Sie in das allgemeine Menü, in dem die Artikel aller Kategorien auftauchen. Hier finden Sie alle News rund um Ihre Brauerei, aber auch Informationen, die die gesamte Gruppe betreffen. Wenn Sie in der App nach unten wischen, aktualisieren Sie die Inhalte. Auf diese Weise werden Sie keine Neuigkeiten verpassen, die innerhalb der App publiziert werden. Die App ist somit Ihr persönlicher Schlüssel zu allen relevanten Informationen, die Ihre Brauerei, aber auch die Radeberger Gruppe selbst betreffen und hilft Ihnen dabei, bei allen Themen immer auf dem neuesten Stand zu sein. Es gibt News aus den Bereichen Events, Gastronomie, Handel und Marketing. Diese Informationen werden für Ihren Standort vom regionalen Redaktionsteam Ihrer Brauerei aufbereitet. Mit Fragen zur App können Sie sich jederzeit an die E-Mail-Adresse mitarbeiterapp.radeberger-gruppe.de wenden. Wir wünschen Ihnen nun viel Freude bei der Nutzung der Mitarbeiter-App und freuen uns darauf, Sie in Zukunft auf diesem Wege mit allen relevanten Informationen versorgen zu können.